Oh, da drüben! Wann sagst du mir, er ist ein verdammt wilder? Nicht jetzt, Finn. Nett? Komm schon! Wo sind eigentlich eure Mäntel? Wie sollt ihr die liegen lassen? Was zur Hölle ist hier los? Ist das dein Zuhause? Hast ihr Schick? Was in der Hölle ist dieses Ort? Ein altes Hauntenkamp. Wir können hier resten. Bis eure Freunde uns wieder attacken. Und alle Signale, dass ich... ...dass alles gut gehen wird. Ich vertraue dem nicht. Ich vertraue dem nicht. Ich vertraue dem nicht. Ich auch nicht. Okay. Hier. Lass mich mal sehen. Hm. Nett. An sich. Ha! Wie schlecht ist es? Ich könnte etwas haben, das zu helfen. Ich werde einfach aufhören. Nein! Erstmal haue ich gegen. Was er verdient. Ha! Wenn du nicht helfen willst, dann lasst es sich allein. Ha! 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 So ein Scheißplan. Ich werde mit ihnen reden. Ha! 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 Just relax, will ya? Was ist diese Sachen? Ah! Das riecht wie eine sicke Kau. Der Meister in der Haus Forester hat es auf meine Legge einmal. Ich bin nicht sicher, was es ist eigentlich. Wann du denn auch, was du machst? Halt das da. Du bist fast fertig. Und da ist eine Verletz. Ich habe mich nicht mit dir, was er kommt. Ich habe alles mit dir. Oh! Muss es so richtig sein? Es macht es so, wenn du nicht schmerzt bis zu deram. Ja, Meister. Oh! Hast du nichts zu trinken? Nein. Es ist weit weg, und ich muss trotzdem noch die fuckinge Wein aufhören. Ein bisschen Wasser oder waschen. Gute. Ich sehe, was ich finde. Ich gehe. Er wollte ja, dass die mit unseren Nationen weggehen. Also verstehe ich nicht, wieso er denkt, dass wir jetzt was zu trinken bei ihm haben, also für ihn haben. Meine Güte, ich liebe Robert Finn. Er hat bestimmt Probleme. Ich auch. Er gefällt das nicht. Ich auch nicht. Er hat uns fast alle gebetet. Fuck, vielleicht ist das, was er wollte, zu passieren. Was anderes würde er uns hier bringen? Ich kann nicht sagen, ich schweige dich. Er hat mir nicht viele Reise gegeben, um ihn zu vertrauen. Nein, er versucht alles. Ich habe deine Beine. Ich werde dir einen Augenblick halten. Macht das. Der starke Finn. Eine Hüte. Ist hier eventuell irgendwie Wasser drin? Speere. Von wegen, ihr kennt die Zeichen, ja? Ach du, oder? Nein, wirst du dich. Wie könnten sie gefangen nehmen? Ich bin... Ja, das ist... Ja, das ist... Die Frau mit dem Silbernen heißt Silby. Ernsthaft. Wer ist das? Wer ist das, das ist das? Ich habe gesagt, ich bin zurück. Wer sind diese Leute? Sie sind Freunde. Sie sind Freunde. Du hast hier gebracht. Und wer bist du hier? Und wer bist du? Ich habe zu. Du hast dich vorbereitet, Kota? Ja. Warte. Äh... Huh. Das... ist meine Frau. Silby. Sie ist der Grund, warum ich dich hier bringe. Sie kann uns zur Nordgrove nehmen. Was? Wieso? Wie? Warum? Was? Immer diese Hardcats in dem Spiel. Immer diese Hardcats. Sie sind so nervig. Highpoint. Festzug des Hauses. Das ist ja schön aus. Also, das sieht echt schön aus. Ja, die Weitels, die wissen, wie man sich um Bäume kümmert. Immer noch dieselbe Scheiß. Lord Roderick. Lady Alyssa. Gwyn? Kleidung, ey. Roderick. May I have a word? Natürlich. 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 Ich habe gehört, was du mit Griff getan hast. Keine Eisweine. Danke, dass du meinen Vaterinvitation akzeptiert hast. Ich war nicht sicher, dass du kommen würdest. Aber es ist eine gute Sache, dass du das gemacht hast. Sei ehrlich mit mir. Wenn Dinge blöd sind, bist du auf meiner Seite oder auf seiner Seite. Mein Vater honnert Gäste, genau wie du. Du hast nicht die Frage antwortet. Ich wollte, dass wir zusammenarbeiten. Aber du hast es nicht. Ich habe gesagt, ich... Ich habe gesagt, ich traue ihn nicht. Wenn du dein Leben und deine Familie valorierst, dann hörst du, was er sagt. Zuhören kann ich. Du musst ihn heute heute ernst nehmen. Das bedeutet, dass du einen hohen Kopf behauptest. Und du denkst, bevor du zum Schluss kommen kannst. Nehmt mich, Gwyn. Ich bin nicht. Ich bemerke mich. Heute schau dir. Zuhören heute. Es gibt die Könige, die die Kraft haben. Und die Könige, die gerne eine Show machen. Diese Wallen haben 1000 Jahre von Whitehill-Historie. 1000 Jahre von Bloodshed. Aber unsere Häuser waren mal kurz. Und es könnte wieder sein. So viel unserer Historie wurde verloren. Wollen wir mit dem weitergehen? Was genau mit dem? Das Griftehau ist dieser Weg. Deine Soldaten sind auf der Seite. Was erwartet ihr? Wie sie es sehen. Der Mann ist in ihren Wänden. Ohne Männer. Also warum so nervös? Was ist das? M'lady? Gib uns einen Moment. Ist das deine Familie? Kurz bevor Griff geboren wurde. Ah ja. Das Schöne ist. Sowas haben wir bei uns auch. Aber die Whitehills haben es zerrissen. Ja. Das ist schön, nicht wahr? Wir hatten auch mal einen Vater. Der ist tot. Hm. Da ist ja die kleine Gewinnung. Da haben wir schon ein bisschen. Der Vater ist nicht jemand für Portraiture. Aber meine Mutter wollte das machen. Und so haben meine Brüder gesagt. Ist das deine Mutter? Ja. Obwohl ich sie gar nicht erinnern kann. Sie sterb, nicht lange nachdem das gemacht wurde. Dein Vater ist nicht viel schuldig, hat er? Er war so. Als meine Mutter noch lebend war. Aber nicht auf der... Hier. Nicht hier. Obwohl die Mutter noch lebt. Ich muss stark sein. Gewinn. Die hat damals schon so fies geguckt. Das muss dich sein. Ich bin viel jünger. Ja. Du siehst jetzt ein bisschen wie deine Mutter. Ein bisschen. Die sind deine Brüder? Die älteren drei, ja. Carl hat ein paar Jahre vor dem Grayscale sterben. Ein paar Jahre vor dem Grayscale. Ebbets in der Citadel. Torren ist für Roose Bolton. Und Griff, natürlich, war noch nicht geboren. Da ist er ja. Und? Er lebt noch. Ich habe ihn eventuell halb blind gemacht, aber er lebt noch. Aber das heilt wieder. Es ist einfach bei uns auch geheilt. Oder es ist bei uns auch geheilt, das Auge. Also beim Roderick. Also bei uns beim Ding auch. Ach, das ist nett. Ja. Da setzt man sich gerne hin. Und tschüss. Ganz ehrlich. Wo ist dein Vater? Strange. Ich gehe ihn finden. Gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Ich mag das nicht. Nicht Angst. Das ist was er will. Ryan für Griff. Das ist noch unser Plan. Habe ich nie gesagt. Ich fahre deinen Weg, mein Herr. Schauen wir uns um, was wir finden. Habe ich nie gesagt. Habe ich nie gesagt. Wenn wir Ryan opfern müssen, habe ich schon mal gesagt, dann müssen wir ihn opfern. Sir Royland. Reden ist das Wichtigste. Das ist nicht so. Das ist wahrscheinlich. Blut ist wahrscheinlich. Wir werden ohne eine Kampf gehen. Folle einfach meine Lied, was auch passiert. Warum alles? Wenn sie uns betrachten wollen. Brot und Salz würden würden, wir durch die Gäste retten. Er testet uns, um zu sehen, was wir von uns gemacht haben. Mutter, schau an das. Ich bin nicht überrascht. Die Whitehills waren nie so gut an der Kraft. Hey, schau an das! Hm. Mutter? Ich weiß nicht, Mutter. Ich weiß nicht was Ludd ist, aber ich werde hier nicht ohne Ryan. Nicht, wenn wir so nahe. Ich werde nicht nur aufhören und abhören ihn. Bleib einfach nahe zu Sir Roiland. Wenn Dinge blöde sind, ist er deine beste Chance, um zu leben zu werden. Ich rechne nicht damit, dass wir Ryan zurückholen, ganz ehrlich. Können wir die Treppe hoch? Schön hier oben gucken, da oben? Oder sagen die Bogenschutz? Nein! Faktuell ist das denn hier. Gefällt mir nicht. Sonst können wir hier nichts machen, außer Seitentüren öffnen und so ein Scheiß. Gedeck. Ansehen. Hm. Komisch. Messer, das nur unten irgendwo sonst gibt. Ich kann doch auch nicht sagen, ich will nicht, ne? Nervös? Nicht. Nervös. Nervös. Ich könnte dir das gleiche Frage stellen. All diese Soldaten? Es klingt so, dass du nicht ausgerüstet fühlst. Vater, bitte. Können wir das einfach mit uns zu gehen? Nun? Niemand sonst hat so ein großes Messer. Niemand sonst hat so ein großes Messer? Gefällt mir nicht. Ich bin ja auch schon. WINE! WINE! Du kennst, dein Vater, einmal zu einem Highpoint, ein Geist für die Gottes. Was stonework? Er sagte. Was craftsmanship. Er würde nicht berhenti, über ihn. Wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, er war envious. Vielleicht sollte er bleiben, Stonemasons. Lod, wo ist Ryan? Always worried about your family, aren't you? Let's toast! To a family! Won't you toast with me, Roderick? As a symbol of our goodwill? Enough stalling, Whiting. No fucking courtesy. The Ironwood business is thriving, Roderick. In fact, the Boltons want weapons faster than we can make them. And when Roose Bolton wants something, I like to give it to him. So, in other words, you need our help. Hmph. Don't be so damn full of yourself. You Foresters are headed for destruction. Yet, you know more about Ironwood than any house in the realm. Would be a shame for all that knowledge to be lost. Help me craft Ironwood for the Boltons. And I'll make sure you Foresters survive. As if he'd protect us. If you think you can threaten us. I'm not threatening. I'm offering. So you're proposing an alliance? An alliance? I said nothing of the sort. He'd make us his slave. Roderick. This could save your house. I'd consider an alliance. You see what I have to put up with. Just give him time. I offer you peace. And you spit at it. I offer opportunity. And you demand more. I've seen this coming since you refused to kiss my brother. Here's how it's gonna go, Roderick. Either you agree to my terms. Or I'll have Griff tear Ironwrath to the ground. He'll put it to the torch. This isn't the way to get what you want. Then begin slaughtering your small folk. Maybe he'll even make you watch. Too bad your son is locked in our cellar. What are you talking about? We've taken Griff hostage. Along with every soldier in your foul garrison. You didn't. You've imprisoned my son. He was there by order of the Warden of the North. Roderick, how could you? You miscalculated, Lord. Now you'll pay the price. If you want Griff back, my brother returns home. We want Ryan back, and we want him today. We want Ryan back, and we want him today. Bring the boy! Ryan! Mother! Roderick! I... I thought you'd forgotten about me. No! Mother, no! What are you doing? You've imprisoned my flesh and blood. Mine! Let him go! He's not going anywhere! Listen to her! Don't do this! Don't do this! I swear by the gods if you... Let him go! Or I'll have Griff killed! This is not what we agreed on. Claim him! Not me. If you wanna see Griff alive again... You think I give two shits about Griff? No, he's up. About my fucking fourthborn! I want to kill you right now! Because you foolish just never learned! I'm not afraid of you! Can I fucking murder him yet? Try it! Ryan! Let go of me! Let him go! Everyone, please! I'll kill you myself! Roger, do something! Now, Roiland! Oh! Ah, fuck! What the? Yeah, that's not so good. That's not good! Hahaha! But it was so... It was so nice! It was clear that it's a game over. It will eventually not come when it's... ...when it's... ...when it's... ...when it's... ...wird eventuell nicht zum Game Over kommen, hätten wir die Soldaten mit. Aber so geht das ja natürlich nicht. Ich hätte die Soldaten mitnehmen sollen. Scheiße. Na gut, dann lass ich's drauf ankommen. If you wanna see Griff alive again... You think I get two shits about Griff? About my fucking fourthborn! Power! I want to kill you right now! Because you foresters you never learned! I'm not afraid of you! Can I fucking murder him yet? Try it! Ryan! Hold down! Let go of me! Go on, then. Do it! What? You think I want? I know you want. Don't test him, Roderick! Just for all your bluster, all your posturing... ...you care about your son. The whitey is still a whitey. You know what, Roderick? You're right. Ryan! Come here! No! We'll make the trade on neutral soil. Griff... ...for Ryan. A son... ...for a son! Vielleicht... Fine. Now! Get the fuck out of my hole! And the gods have mercy on us both... ...when the Boltons come for their Ironwood. Now go. Good luck with that, you fucking tyrant! Hmm... Hmm... I'm so sorry, Roderick. Iron from ice! Noch hat er Wille. Der Vater erzählt ihm Lügen.